Also, ich habe jetzt einen Blick in die komplette Lösung geworfen. Und so wie ich das richtig verstanden habe, habe ich eine ganz böse Vorahnung, wo Selan ist. Wir waren im Grunde dort! Aber nicht an der richtigen Position. Warum kann das nicht einfach getriggert werden, als ich den Bereich betreten habe? Alter... Nein! Pixel, genau! Muss das sein. Ist so ätzend. Oh, aber es ist auch ätzend, dass sie mich hier nicht weglässt! Ekelhaften, kleinen, ausgeburten Bälle! Jetzt kriegst du erstmal einen Tempest Spam! Äh, Tempest Strike Spam! Tempest... Was? Hier war so im Auge, super! Oh! So, mal gucken, ob sich das verbewahrheitet. Ja! Ich hätte in die Mitte gehen müssen! So was hasse ich! Sehno, son of Sehnan! Where could he be? Should we try calling for him? Sehnan! I know better than anybody how low to you are, but there's no way it's gonna be that easy. Ich glaube, das ist er. Don't tell me you're Sehlan! Who are you? I guess you found him after all. Well, how do you like that? Go on, Caius! Bow before me, bow! So, am besten soll er doch auch noch die Füße küssen, oder wie? That was never part of the deal! Not going to man up to it, huh? Aya asked us to come here and look for you. Oh sorry, I have... Sorry to have put you out. There was this black ogre after me. Black? Don't, don't tell me a spurt consume an orc. Certainly possible, ogres are already powerful. If a spurt nested in one, it would be incredibly dangerous. I've never seen an ogre like this one before. It was in a frezzy. It was even hunting its fellow ogres. Damn it! This thing just won't give up! What are you doing? You all need to run for it! Eh, Sehlan! We're in another pool! Sehlan, you're the one who should run! You're used to fighting sports! That's just as the lady says. This is more than you can handle alone. We will draw his attention while you escape. You have a job to do as one of Northgate's knights. Thank you. Okay, let's do it! Dann wollen wir ihm mal die Fresse hauen! Diesem spottbesessenen Typen! Na, diesem spottelbesessenen Typen! Genau! Cause of the Spottel! Ich hab nur noch 11 mal geschaut! Alter! Der wirft mich mal wieder durch die Gegend wie so ein Kinderspielzeug! Böse! Das gefällt mir gar nicht! Kinderspielzeug wirft man durch die Gegend?! Wow! Das ist natürlich schön, wenn er immer nur blockt! Das war jetzt voll was mit seinen... 800 Schaden, ne? Guck mir so nutzlos vor! Boah! Rubia, hättest du die Güte mich zu heilen?! Pretty please? Nö! Wow! Ach, wir sind schon bei 5.000 runter?! Puh! 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 Ach komm, mach' mir stylisch! Puh! Verwandlungssack! Puh! Das war sowas von unnecessary grade! Die Verwandlung. Aber hey, wir könnens ja, ne? Crimes El Male.. Phew! Either way, I'm glad we managed to find Zeylan. Ja... Es ist sowas von gemein gewesen. Aria! So in mein Schatz. Okay, zurück zu Northgate. Den ganzen Weg. Psych-Quest beenden. Ob ich das in sieben Minuten schaffe? Man kann sich auch die Aufnahme-Session beenden. Oder suchen wir dann beim nächsten Mal nach dem Weiter-Weg für die Haupt-Story. Ey... Die sollten dringend wieder neue Magische Augen kaufen. Noch 10 Stück. Aber hier gibt's ja nirgendwo Magische Augen, ne? Was ist das hier grade so chillig mit nur einer Hand am Gamepad? Trawler? Ich muss ja nur die Richtungstasten außerhalb der Kämpfersteuer. Das kann ja auch mit der linken Hand. Was? Ich dachte, du musst das mit der rechten Hand schenken! Ja, aber der Steuerkreuz auch bald rechts ist. So, Mister! Gib mir Belohnung! Alles wieder fit, Seelan! Oh! Oh! It's you guys! Thanks for saving me back there! After what happened, we need to focus on befinding up our defense. Beefing up our defense. There's no substitute for a good defense. Guardian of the North. Showing our Titel, Kaios. Noch was Neues? Ja, so thank you for saving. Oh, it's you guys! Thanks for saving me back there! I still can't believe you guys beat that ogre! What do you say? Will you join the knights? Nein. Vielleicht. Mal gucken. Thanks for saving Seelan! I heard about what happened with the black ogre. What is... Was it like those bots that appeared in Janna? Yeah, it was a spot that had consumed an ogre. You might not believe us, but the same thing had happened to the Pope. No, I believe you. I've known his Holness for a long time. That actually helped to explain the dramatic change in his personality these past few years. That's the only way I can imagine such a kind man becomes a cure. Maybe it's just my imagination, but you remind me a lot of his Holiness. Really? Thanks. Really? Thanks. Well, just like we understood it, I'm your son too, right? I'm just saying what I think. No need for thanks. Now then, I bought that reward. 5000 gold! Your journey is not over yet, right? Be careful out there! Yep! Hm. Check here a paar Gayle. Weil die hast du nicht, ne? Du hast nur Weapons und Amor. Wo ist die nächste Stadt? Bei Southgate. Southgate. Aber ich will da jetzt nicht hinrennen. Wobei da unten in der Richtung war... Leder, ne? Oder... Wie auch immer hieß. Wie kann ich das schaffeln? In den paar Minuten? Goblins, geh weg! I hate you so deeply! Naja, aber da bin ich hier wieder ins Unubit. Formation! Ja! Ah... Kaios... There we are... I'll take this. We are gonna die. Tja! 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 Yay, Mr. Schildkröte! Ich kann mal wieder speichern, dann muss ich die Seeland-Zeit-Quest nicht nochmal machen. Im Falle eines Todes. Aber hey, ich bin ja bisher nur mit einem Charakter K.O. gegangen, nicht mit der ganzen Gruppe, so dass ich ein Game Over bekam. Also von daher! Och Leute, ich will nur einkaufen! K.W.E.K. K.W.E.K. Die Monster wollen echt nicht, dass ich einkaufen gehe, ne? Vielleicht gibt es auch nicht. Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Das Erste für die nächsten Aufnahmesession einkaufen gehen. Gut, wie du willst dann. Das Spiel will nicht diese Aufnahmesession haben. Wir werden in der nächsten Aufnahmesession zur Stadt da unten. Für Ausrüstung auffrischen. Mit Geld und... Vor allem mal geschaukeln! Die ist ja hier bei Northgate nicht gitt! Warum auch immer. Ich hasse das, ich hasse das. Naja, Seinschau. Und dann gucken wir, wo der Weg ist. Den ich gehen muss! Um zum König zu kommen und ihm dann in den Nindern zu treten, seine bösen Machen und Taten und BÄM! Bis zum nächsten Mal, tschüss! Bis zum nächsten Mal... Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.